Da passiert, ob man den Speed mitnehmen kann, wenn man schlagt, langsamer jetzt, da noch mal ein bisschen Daumen hoch ist, auch so ein bisschen am Einfahrt in Monodonus weiterhängt. Und vorher ist das jetzt nur ein Sechst, den Leuchten hat, also ein Sechst. Und vorher wäre es nicht so.